Jo, hallo Youtube und willkommen zu einem weiteren Video ähm, ja, ähm, ich, ähm werde jetzt meinen Server online stellen aber das nur für bestimmte Personen also die auch, äh, nicht irgendeinen Scheiß bauen oder so ähm, ja, das ist hier der Spawn ähm, hier werde ich der Spawn und, ähm, hier werden dann noch ein paar Regeln kommen aber die kommen erst nachher, erstmal gibt's keine Regel ihr könnt bauen, was ihr wollt aber, äh, irgendwie nix, äh, komisches bauen nicht, keine Ahnung, gegen irgendwen oder irgendwas ähm, dann müsst ihr einfach hochlaufen der Tastatur drücken und dann kommt ihr hier ins Wasser das ist so, ja, eine Art Spawnhaus ähm, da könnt ihr hier rauslaufen und, ja, jetzt sehe ich mal hier die ersten hier geht's Moe bauen aber den zeige ich euch gleich noch ein bisschen näher äh, Mülleimer oh, Mülleimer so, und das ist die Kirche das ist ein, äh, Hotel da könnt ihr oder, ja, halt nur aus Spaß halt ein ein Zimmer mieten, das später vielleicht auch ein bisschen Geld kostet ein Restaurant hier hinten ist dann ein Dorf und das ist der Mammutbaum ja ähm, nehme gerade auf das wird er wohl erkennen, was das heißen soll ja, so sieht der Mammutbaum aus ähm, und das hier ist die Fläche aber das ist noch nicht alles wo ihr bauen könnt ähm es sind noch nicht so viele, ähm Plugins drauf äh, aber das kommt später noch auf jeden Fall da kommen richtig geile Plugins drauf bis jetzt, äh, sind erst Permissions und iChat drauf Essen Sales und alle kommen später erst dass hier erstmal alles aus, äh, aufgebaut wird und, ähm ja, ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Server besucht leider läuft es noch über Hamashi wenn ihr Hamashi nicht abhaben könnt, lasst es dann braucht ihr mich auch nicht zu besuchen nicht schlimm ähm würde mich trotzdem über äh, ja einen Besuch von euch freuen ähm dass ihr hier Gebäude baut äh auch gerne ein riesengroßes oder einfach nur ein Haus ähm ihr könnt ihr euch hier ihr könnt bauen, wo ihr wollt einfach ähm müsst ihr halt nur mit, äh, Gravel ja, verbinden die ganzen Häuser aber das, äh kann ich auch machen das ist kein Problem und, ähm ja, wie gesagt würde mich freuen, wenn ihr mich besucht und, ähm ich hoffe, wir sehen uns, äh, dann ja, auf dem Server und, ähm ja, ich freue mich auf euch danke fürs Zuschauen und, äh ja, ciao und, äh und, äh und, äh und, äh